In die Basis wurde der offizielle Antrag gestellt, die Parteibasis möge konsensieren über die Anhörung oder Nutzung der NextScientistsForFuture als Experten. NextScientistsForFuture.de bekannt vom Corona-Ausschuss, bekannt von KenFM, Kai Stuth und vielen anderen Auftritten. Ja, das heißt also, jetzt wird sich zeigen, ist die Basis in Wahrheit eine diktatorische Partei oder ist sie tatsächlich ein wenig basisdemokratisch? Ich habe es ja schon gesagt, dass wenn die Parteibasis über etwas konsensiert, dass das noch keine Basisdemokratie ist, aber immerhin ist es so ein Bemühen darum, schon in diese Richtung zu gehen. Denn echte Basisdemokratie fängt natürlich erst an, wenn ich die Wählerinnen konsensieren lasse, also wenn ich die Wählerinnen nicht mehr bevormunde. Ja, dann wo finden Sie ein bisschen Informationen darüber? Zum Beispiel hier ist es jetzt so, muss man ein bisschen weiter runterscrollen, hier bis die Links kommen. Und dann haben Sie hier mit erster und zweiter Vorsitzender Partei die Basis Österreich Talk. Ja, da können Sie so ein paar der Grundgedanken zumindest mal zum demokratischen Grundgerüst der Gesellschaft finden, wobei dort der Punkt der Änderung der 5%-Hürde noch fehlt sozusagen. Ja, so, dann lese ich mal nochmal die anderen Tagesthemen vor, wobei ich mal voranschicke, dass ja auch noch eine nächste Sendung aufgetaucht war, die dann extrem diffamierend über die Basis berichtet hat. Aber da ist das Problem halt, die Partei, die Basis hört, lässt sich ja noch nicht von den Next Scientists for Future beraten, macht deswegen auch alles falsch und bietet sich quasi den ganzen Diffamierern im Lande an, sodass überall mittlerweile Hetzberichte gegen die Basis gesendet werden und die Basis macht es quasi zu leicht, bietet zu leichtfertig offene Angriffsfläche und bietet zu leichtfertig den Gegnern die Möglichkeit, sie abzutun. Wie gesagt, ich habe es schon oft gesagt, die Basis, wenn, dann hat die Basis Probleme mit den linksradikalen Seiten innerhalb der Partei und wird aber von außen diffamiert, quasi, ja, quasi wird also irgendwie in die Nähe der AfD gerückt oder wo auch immer. Also irgendwie auf jeden Fall, die Diffamierer wissen ja genau, was man über eine Partei sagen muss, damit sie sozusagen als aussätzige Partei behandelt wird. Und da macht es die Basis zu leicht, da könnten wir ja auch wertvolle Tipps geben, wie sie sich da besser schützen könnte. Dann ist eine Sendung aufgetaucht mit einer Demonstration, wo auch Viviane Fischer teilgenommen hat. Ja, der Punkt ist, als ob man die Diktatur der Gesundheitssparten über die Welt ändern könnte durch Rumzackern mit der Polizei. Also das Problem ist, dass man also das eigentliche Ursachenproblem nicht angeht, ja, nämlich man geht das eigentliche Ursachenproblem nicht an. Und zwar, ich zeige es nochmal kurz, wir haben ja das Phänomen hier, dass wir also hier den großen Kuchen haben, von dem alle fressen möchten. Und wir haben hier außen quasi wie so eine Schnecke die Sparten der Gesellschaft, hier die gefährlichste Sparte aller Sparten, die Sozialsparten einschließlich der NGOs und der Arbeitsamtmitarbeiter. Hier hätten wir zum Beispiel die Gesundheitssparten, die zweitgefährlichste Sparte, die im Moment seit Jahrzehnten daran arbeitet, dass irgendwann wird mit demselben Argumenten, Sie sind so stark, die anderen sind so schwach. Aus Rücksichtnahme müssen Sie jetzt Ihr Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit mal vergessen. So ist doch nur ein kleiner Pieks. Und irgendwann steht die Polizei mit der Maschinenpistole im Anschlag vor ihrer Haustür und sagt, ja, Sie sind so stark, andere sind so schwach. Sie müssen jetzt mitkommen, eine Niere spenden oder einen Teil Ihrer Leber. Denn das ist doch nur so ein ganz kleiner Pieks, nur so ein kleiner Skalpellpieks und schon hat man Ihre Niere draußen. Also, ja, also das heißt, und das kann immer so weitergehen. Also das heißt, das, was ich jetzt mit der Niere schildere, ist dann nur eine Zwischenstufe der Gesundheitsspartendiktatur, die über die Welt nicht bewusst angezieht wird. Das ist keine Verschwörung, das sind stille und leise Automatismen, ja. Das heißt, die Evolution läuft still und leise und die Normalität, das normale Denken verändert sich. Die vorteilbringenden Irrtümer der Gesundheitssparten dringen immer tiefer in die Gesellschaft ein. Und irgendwann empfindet man das auch ganz normal, dass dann die Polizei mit der Maschinenpistole vor der Haustür steht und man dann zur Organspende gezwungen wird, ja. Das ist dann irgendwie, das ist, die Normalitäten verschieben sich. So funktioniert ja sozusagen so etwas. Und vergessen Sie den Gedanken, dass es da eine große Verschwörung gebe. Das ist es höchstwahrscheinlich, gibt es da vielleicht die eine oder andere kleine Verschwörung. Aber es ist keine große Verschwörung, sondern es ist einfach ganz normaler Evolutionsablauf im Kapitalismus, im bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus. Die Gesundheitssparten brauchen Geld und die vorteilbringenden Irrtümer evoluieren sich. Und finden einen Weg, aus jedem Menschen ein Geschäft zu machen. Und im Moment ist es so, dass eben Milliarden Gelder verdient werden durch alle möglichen Verkäufe, Impfungen, Tests, Masken, Beatmungen und, und, und. Und Intensivbetten, überall werden Milliarden verdient auf Kosten des gesamten Kuchens, ja. Und jetzt jede Sparte versucht aus dem Gesamtkuchen, also auch aus anderen Sparten, aus allen anderen Sparten, alles herauszubeißen. Und jetzt machen die Verschwörungstheoretiker natürlich den Kardinalfehler, dass sie denken, ja dadurch, dass quasi den anderen Teilen der Wirtschaft ja geschadet wird durch das Ganze. Oder dass die Politik jetzt bestimmte Gesetze macht, um die Dinge durchzusetzen, die von den Gesundheitssparten mit ihren vorteilbringenden Irrtümern empfohlen werden. Die werden quasi die Folgeerscheinungen werden als das eigentliche Ziel verstanden. Also der Verschwörungstheoretiker macht immer den Fehler, dass er alles, was die Folge einer Sache ist, als das eigentliche Ziel der Sache erklärt. Also so nach dem Motto, ja die ganze Geschichte hat ja das Ziel und die Verschwörung, die da läuft, hat ja nur das Ziel, aus der deutschen Regierung eine diktatorische Regierung machen zu können, weil die gerne viel Macht haben, die Politiker. In Wirklichkeit ist es ganz anders. Die nichtbewusste Diktatur ist die Diktatur der Gesundheitssparten. Die wollen einfach nur Geld verdienen. Und die Machtveränderungen, die sind nur die Folge dessen, wenn zwei vorteilbringende Irrtümer aufeinandertreffen. Hier ist der vorteilbringende Irrtum der Gesundheitssparten. Und der sagt hier alle, die Menschheit muss ständig geimpft werden, sonst gibt es kein gesundes Leben mehr auf der Erde. Also gesunde Ernährung, gesundes Wasser, gesunde Luft und so weiter. Alles spielt alles keine Rolle. Die Menschheit muss jetzt alle paar Monate geimpft werden. Und der nichtbewusste Satz geht so zu Ende, damit die Gesundheitssparten endlich mal wieder richtig verdienen können und ein neues Geschäftsmodell auf Dauer sozusagen etablieren können. Übrigens hier unten rechts an dem rundlichen Ding, die Wunschgeschwindigkeit einstellen, weil ich jetzt ja noch viel langsamer reden werde. Ja, und dann haben wir hier zum Beispiel die Politiksparten. Und die haben sozusagen einen ganz wichtigen vorteilbringenden Irrtum, nämlich Konzerne und Lobbyisten sind wichtige und Experten, die Teil von Konzernen und Industrien sind, sind wichtige Informationen als Grundlage für meine politischen Entscheidungen. Also Konzerne, Lobbyisten und konzernbezogene Experten sind wichtige Informationsgeber für meine politischen Entscheidungen. Und jetzt trifft also quasi die vorteilbringenden Irrtümer der Gesundheitssparten, treffen auf den vorteilbringenden Irrtum der Politik. Warum ist das ein... Schluck Wasser. Warum ist das ein vorteilbringender Irrtum? Weil der Politiker durch diesen vorteilbringenden Irrtum, nämlich dass Konzerne, Lobbyisten und konzernnahe Experten, eine wertvolle Informationsquelle für meine politischen Entscheidungen sind. Dieser vorteilbringende Irrtum führt dann nämlich in der Folge dazu, dass es häufig zu Geschenken, vielleicht sogar zu Abgeordnetenspenden kommt, also Spenden an den Abgeordneten kommt, in irgendeiner Form und so weiter. Und dadurch hat er dann Vorteile davon. Und es entsteht natürlich eine herzliche Freundschaft zwischen den Konzernen, den Lobbyisten, den konzernnahen Experten und den Politikern. Und daraus resultieren sicherlich auch immer wieder die einen oder anderen Geschenke vor und während und nach der Karriere sozusagen. Ja, das ist so der Gang der Dinge. Und hier haben wir dann die Rüstungssparten, die Sozialsparte hatten wir ja hier, das war die gefährlichste Sparte von allen. Und so geht es dann immer mit den ganzen Sparten immer so weiter, wie so eine Schnecke, nach innen, wie so eine Schnecke nach innen. Und irgendwo in der Mitte ist nun so ein Teil der Menschen, die zu gar keiner Sparte gehören, die einfach nur Opfer sind des Ganzen sozusagen. Und während die anderen eben irgendwo mit ihren Vorteilbringenden Irrtümern, alle anderen Menschen natürlich Opfer und Täter zugleich in dem Spiel sind. Ja, in dem ganzen Spiel des bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus, den wir ja unbedingt beenden sollten. Und die einzige Ursachentherapie dafür ist nicht rumgezackert mit der Polizei auf irgendwelchen Demonstrationen, sondern hier jetzt starke positive Anreize zu setzen. Diese starken positiven Anreize nehmen der Gesundheitssparte ihre Profite. Nämlich wenn quasi die Verdienstzuschüsse an die Gesundheitsspartler abhängig gemacht werden. Zum Beispiel von Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, also Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Wohlfühlstimme, Langlebigkeitsdaten, weil in der Wohlfühlstimme sind ja die Langlebigkeitsdaten schon enthalten. Also Wohlfühlstimme, Langlebigkeitsdaten, Gesundheitsdaten und eventuell auch Wohlstandsdaten der Kundschaft. Dann verschwinden sofort die vorteilbringenden Irrtümer, besonders nach Beratung durch die Next Scientists for Future. Denn das Schädigen der Gesamtbevölkerung und der Kundschaft durch übertriebenen Verkauf von irgendwelchen Dingen, das würde sich ja dann zeigen. Also unser Stichwort lautet ja die Stiftung Warentestisierung der Gesellschaft. Wenn wir also gucken, welche Gesundheitsspartler, welche Gesundheitsfirma, welche Praxis und so weiter, welche Folgen bei den Kunden auslöst, bei der Summe der Kunden auslöst, dann sieht man ja, ob eine Sache für die ganzen Kunden schädlich ist oder förderlich ist. Und dann rechnen sich natürlich die ganzen vorteilbringenden Irrtümer nicht mehr, sondern die führen dann zu Verlusten. Und dann werden die Gesundheitssparten sehr schnell wahrheitsorientiert und dann hört der ganze Spuk auf. Aber nur so kann der ganze Spuk aufhören. Und nicht durch irgendwelche Demonstrationen, wo man mit der Polizei rumzackert. Denn die Ursache von allem ist also sozusagen, dass diese Schnecke an Sparten, hier beginnen mit der gefährlichsten Sparte, mit der Sozialsparte, hier diese Schnecke nach innen wandernder Sparten der Gesellschaft. Da könnten Sie jetzt alle Teilbereiche, alle Behörden, alle Teilbereiche der Gesellschaft als Schnecke einkreisen, in der Mitte die, die zu gar keiner Sparte gehören. Und an jede Sparte, die wir jetzt in dieser Schnecke eingezeichnet hätten, Sparte, innere Sicherheit, Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Rechtsanwälte und so weiter. Alle diese Sparten tendieren dazu, mit ihren nicht bewussten, vorteilbringenden Irrtümern möglichst viel zu fressen aus dem gesamten Kuchen. Also letztendlich von Ihnen, liebe Wählerinnen, möglichst viel blutige Stücke aus Ihnen heraus zu beißen. und sozusagen möglichst viel von Ihnen wegzufressen, von diesem Gesamtkuchen. Und darum geht es. Und das kann man nur korrigieren durch starke positive Anreize. Das heißt, man muss sozusagen bei jeder Sparte messen, tut sie den Menschen gut? So wie man bei der Stiftung Warentest ja auch versucht, man bei der Stiftung Warentest auch versucht herauszufinden, ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Ware, was tut die den Menschen gut oder nicht? Und entsprechend wird eine Rangliste veröffentlicht und so weiter. Und daran kann man sich orientieren. Und genau das Gleiche müssen wir mit allen machen. Mit der Sparte der Politik hier, also damit die ihren Vorteil bringenden Irrtüm verliert, muss man eben sozusagen die Leistung von Politikern, den Nutzen, den die Politiker für die Wählerinnen haben, messen. Und zwar so, dass dann alle WählerInnen in Deutschland sich daran orientieren können, welcher Politiker und welche Partei überhaupt einen Nutzen für die WählerInnen entfaltet und welche nur schadet. Das habe ich ja aber alles schon mal sehr oft beschrieben. Das nennen wir ja die Stiftung Warentestisierung der Welt, die jetzt unbedingt nötig ist. Ja, ich gehe mal wieder zurück. Nein, nein, das geht so nicht. Ah doch. Die Basis macht es den DiffamiererInnen auch dadurch zu leicht, dass sie eben tatsächlich den Alternativheiler-Sparten einen zu großen Raum intern einräumt, anstatt zu sagen, ja hoppla, die ganzen alternativen Heiler sind ja eigentlich Lobbyisten ihrer eigenen Sparten. Zum Beispiel, wenn die eine Bundesvorsitzende, die Diana Osterhage, sozusagen eigentlich eine Heilpraktikerin ist, die ihre Praxis zumachen musste wegen zu geringer Einnahmen, dass die sich natürlich wünscht, dass sie zu den Krankenkassen zugelassen wird und dann sozusagen, ja, in gewisser Weise leistungslose Einkommen genauso beziehen kann, wie die Schulmediziner leistungslose Einkommen beziehen können über die Krankenkassen. Das ist verständnisslich, aber eine Partei muss eben so klug sein, eine gute Partei muss eben so klug sein, dass sie erkennt, ja, Diana Osterhage als zweite Bundesvorsitzende oder der Doppelspitze ist ja auch eine Lobbyistin wie der Willen. Ihr ist bestimmt nicht bewusst, dass sie da eigentlich nur Lobbyismus praktiziert. Aber die Gefahr müsste die Partei sehen, ja, hoppla, alle, die zu irgendwelchen Sparten gehören, sollten über die Themen, wie mit diesen Sparten zukünftig verfahren wird, nichts zu sagen haben, denn sie sind mindestens Lobbyisten wie der Willen, also LWWs, also nichtbewusste Lobbyisten wie der Willen. Sie sind Träger wie der Killerviren des Geistes, ihrer eigenen Sparten, nämlich der vorteilbringenden Irrtümer, ihrer eigenen Sparten und neigen dazu, die Partei sozusagen zu einer, ja, zu lenken sozusagen im Sinne der Lobbyisten, der Alternativheiler, ja, genauso wie in der Partei eine viel zu, man zum Beispiel dann auch die Pädagogensparte, die anthroposophischen Pädagogensparte vertreten ist und dann müsste man sagen, zum Thema Bildung sollten bitte die anthroposophischen Pädagogen bitte sich enthalten und nicht mitdiskutieren, denn sie sind ja wahrscheinlich höchstparteiisch und Lobbyisten, mindestens Lobbyisten wie der Willen für anthroposophische Pädagogik und wir können ja keine Politik machen hier, wir wollten ja den Lobbyismus abschaffen, wir können ja jetzt nicht eine Politik machen, in dem wir quasi die Lobbyisten innerhalb der Partei haben, also bei den anderen Parteien kommen die Lobbyisten von außen und bei der Basis sind die Lobbyisten schon in der Partei und machen dann Politik für ihre, die Gruppen, die sie vertreten, die Sparten, die sie vertreten, also da sollte die Basis sehr, sehr wachsam sein, also und denn auch damit macht man es dann ganz leicht, den Kritikern natürlich, die versuchen, die Partei zu diffamieren, sie dann also quasi so als eine alternativ heiler Partei sozusagen darzustellen und das bricht natürlich dann einer Partei das Genick. Ja, also wir müssten also bei dem großen Kuchen, ja, ich muss das nochmal zeigen hier jetzt, ja, weil das vielen nicht bewusst ist. Viele machen den Kardinalfehler, dass sie denken, ja hier, die Gesundheitssparten, die schulmedizinischen Gesundheitssparten, die sind der Teufel und die sind böse, aber hier, wir, die alternativen heiler Gesundheitssparten, wir sind die Engel, bei uns gibt es keine vorteilbringenden Irrtümer. Dabei, als Naturwissenschaftler, guckt man sich nur den Bezahlungsschlüssel an und sieht, aha, Schulmediziner für die kriegt dann am meisten Geld, wenn die Leute chronisch krank werden und nie wieder gesund werden und Dauerpatienten werden. Hier, alternativer Heiler, ja, der kriegt auch am meisten Geld, wenn die Patienten chronisch krank werden, nie wieder richtig gesund werden und Dauerkunden werden. Der Bezahlungsschlüssel ist identisch und wenn ich jetzt die alternativen heile, ohne Stiftung, wahren Testisierung der gesamten Gesundheitssparten sozusagen einfach zu den Krankenkassen zulasse, dann werden dort auch extrem viel geldsüchtige Menschen auch jetzt dann alternative Heiler werden und dann wird ganz schnell das genauso wie bei der Schulmedizin sein, nämlich dass lauter vorteilbringende Irrtümer sich evaluieren werden, um an diese Gelder der Krankenkassen ranzukommen und dazu werden sich vorteilbringende Irrtümer entwickeln, die dazu führen, dass dann die alternativen Heiler die Leute genauso krank halten und krank machen, wie das die Schulmediziner bisher getan haben. Das heißt also, auch die alternativen Heiler müssen selbstverständlich im Sinne einer Stiftung wahren Test darauf geprüft werden, verbessert eine Alternativ, eine Praxis alternativer Heiler verbessert die Wohlfühlstimmen, die Langlebigkeitsdaten, die Gesundheitsdaten der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, denn eigentlich diese Dreieinigkeit, dass wir immer gucken, verbessert es die Daten der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, das sollten wir auch auf die Praxen beziehen, ja, denn natürlich ist das plausibler, wenn man es mit einer Firma zu tun hat, die riesige Abgase zum Beispiel aussendet, Abgase ausscheidet, da ist es natürlich direkt wichtiger, dass man sich immer daran erinnert, dass es um die Daten der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner geht, um zu gucken, dass eine Firma nicht Schäden bei den Anwohnern auch auslöst durch Gifte und so weiter, ja. Also, ich hoffe, es ist deutlich geworden, diese, diese, diese vorteilbringende Irrtum der alternativen Heilersparte, wir sind die Engel und die Schulmediziner sind die Bösen, das ist ein vorteilbringender Irrtum der alternativ Heilersparten, die Wahrheit ist, nur der Bezahlungsschlüssel ist das Problem, also positive Anreize, Belohnung darf es nur noch geben für bewiesene Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderungswirkung, egal welcher Praxis. Und dann kann man, nicht kann man nicht nur, sondern muss man alle Praxen ins Krankenversicherungssystem hineinziehen, damit man sie auch gleichzeitig einer Leistungsmessung unterziehen kann und das gilt dann auch zum Beispiel die, auch die Psycho, hier hätten wir vielleicht die Psychotherapeuten-Sparte und auch die denken wieder, ja, die Schulmediziner, das sind die Bösen, ja, aber wir, die Psychotherapeuten-Sparte, wir sind die Guten, wir sind die Engel, bei uns braucht man keine Leistungsmessung zu machen, ja, das ist immer wieder die gleichen vorteilbringenden Irrtümer sozusagen, ja, nein, gerade auch bei den Psychotherapeuten müssen wir die Leistungsmessung machen, denn, ich kann Ihnen jetzt schon mal sagen, dass die bisherigen, also wir haben ja die VIAT, die vorteilbringende Irrtümerabbau, die vorteilbringende Irrtümerabbau-Technik, die von Psychotherapeuten dann ja auch als vorteilbringende Irrtümerabbau-Therapie genutzt werden kann, die, mit der können Sie wirklich bewiesenermaßen Gesundheit, Wohlfühlen, Langlebigkeit und Gesundheit fördern, mit den klassischen bisherigen Psychotherapie-Techniken liegen Sie mit der Wirkung nahe bei Null, sozusagen, ja, und deswegen muss ja da die Leistung gemessen werden, damit dann die Leute sehen, aha, ich arbeite mit Psychoanalyse, meine Wirkung ist Null, also sollte ich schleunigst was ändern und die VIAT lernen, damit ich endlich dann auch einen Nutzen für die Menschen entfalte und dann auch noch Verdienstzuschüsse kriege, sonst kriegt nämlich so eine Praxis sehr schnell keinerlei Verdienstzuschüsse mehr und geht dann pleit und, ja, aber diese Tendenz, also dass jede dieser Sparten hier, die schulmedizinischen Gesundheitssparten, die alternativ heiler Gesundheitssparten, Heilpraktiker und so weiter und die Psychotherapeuten, jede der Sparten denkt, nein, für uns braucht es keine Leistungsmessung, keine Stiftung Warentestisierung zu geben, sozusagen, weil wir sind die Engel, nur die anderen sind die Schlechten und so denkt jeder einzelne Sparte, ja, zum Beispiel die schulmedizinische Sparte denkt, nein, bei uns braucht es keine Leistungsmessung zu geben, denn nur diese Heilpraktiken, das sind die Scharlatane und Quacksalber, die richten Schäden an, aber wir doch nicht, ja, und genau dieses Spiel im bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus müssen wir doch ein für allemal beenden, ja, müssen sie alle einer Stiftung Warentestartigen Leistungsuntersuchung unterziehen, sonst werden die einfach weiter ihre Schäden anrichten, ja, und, und gerade eben habe ich wieder eine Sendung geschaut, wo nochmal die Schäden ganz offen gezeigt wurden, da wurde auch so gesagt, also, es ist nicht nur so, dass die paar mehr Toten, die es jetzt gibt, verglichen mit der ganz normalen Sterblichkeit, also, sie müssen ja immer gucken, die ganz normale Sterblichkeit, also hier, wenn sie das jetzt hier mal als Kurve haben, ja, sie haben ja, wo könnte ich noch eine Kurve herkriegen, naja gut, also, also, im Sommer, ich zeichne das mal hier so als Kurve ein für Sie, Sie können das ja sehen, im Sommer ist die Kurve ein bisschen niedriger, so eher Größenordnung 2500 und Winter, im Winter ist die ganzen, pro Tag, also, noch einmal, in Deutschland sterben jeden Tag im Sommerzeiten circa 2500 Menschen ganz normal, ohne dass auch nur irgendjemand das jemals erwähnt, wir haben also pro Jahr in Deutschland fast eine Million Tote, sowieso ganz normal, weil irgendwann die Leute ja auch einfach mal sterben und dann zu Winterzeiten, da haben wir dann eher, geht es so Richtung 3000 Tote, ganz normal und dann geht es wieder Richtung Sommer und dann haben wir wieder so Richtung 2500 Tote pro Tag, ganz normal und das bisschen, was es angeblich irgendwo mal als Übersterblichkeit gibt, dass das also etwas mehr Tote sind als sonst, da haben wir ja gesagt, ja, da müssen wir untersuchen, wie weit in der besonderen Situation besonders viele iatrogene Todesfälle da jetzt entstanden sind, das ist ja eine neue Situation, da werden besonders viele Fehler und ärztliche Kunstfehler gemacht, Beatmungsfehler und was auch immer Medikamentenfehler und dann werden dadurch zusätzlich Menschen getötet und die tauchen natürlich dann in der Statistik als zusätzliche Tötungsfälle auf, aber es wurde noch erwähnt, dass jetzt auch viele Leute Angst hätten, wenn sie einen Herzinfarkt bekommen, Schmerzen haben in der Brust, dann trotzdem sich nicht ins Krankenhaus trauen, weil sie Angst haben, dort dann Corona infiziert zu werden und dann Corona zu sterben und dass dadurch eben sozusagen wir also eine Kombination haben, wahrscheinlich aus iatrogenen Zusatztoten und also durch Ärzte getötete Kunstfehler, nichtbewusste Fehler und so weiter, durch ärztliche Kunstfehler getötete Menschen haben und dann haben wir noch eben die Kollateraltoten also sprechen wir von Kollateraltoten und iatrogenen Toten und dass da eben so ein bisschen mehr Tote irgendwo auftauchen können, ist eigentlich logisch und aus naturwissenschaftlicher Sicht müsste jetzt erstmal bewiesen werden, dass die Ursache dafür nicht dass es sich nicht um Kollateraltote handelt und nicht um iatrogentote und solange das nicht bewiesen ist ist die Sache eigentlich eindeutig ja dass es sich eben um ein Milliardengeschäft der in diesem Fall der schulmedizinischen Gesundheitssparten handelt ja diese Sendung ja vielleicht sollte man empfehlen dass die in die ja sie können ja mal gucken also vielleicht sollte man das empfehlen dass das in die Playlist beim Sender News und Talks für kommt naja gut so dann haben wir weiterhin weitere Tagesthemen ähm also ich fasse nochmal zusammen entscheidend ist für uns Naturwissenschaftler dass der gleiche Bezahlungsschlüssel auch die gleichen negativen Folgen haben wird egal ob sich die einen Schulmediziner nennen die anderen Alternativheiler und die anderen Psychotherapeuten nennen das spielt keine Rolle solange der Bezahlungsschlüssel gleich ist werden alle Schäden anrichten ja also müssen wir den Bezahlungsschlüssel ändern durch eben unsere Stiftung Warentestisierung aller Sparten ja ja und egal ob eine Sache sich konventionelle Landwirtschaft nennt oder biologische und ökologische Landwirtschaft oder Permakultur nennt diese Wortblenderei ist mir völlig egal ist mir egal sozusagen gemessen wird was hinten bei raus muss werden was rauskommt an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen welche Gesundheitsförderungswirkung oder Krankheitsverhinderungswirkung haben diese Nahrungslieferanten auf die Kunden Mitarbeiter und Anwohner und danach müssen die Verdienstzuschüsse die positiven Anreize errechnet werden und nur so geht's nur so kriegen wir das Elend beendet ja so dann lese ich mal weiter hier bei den Tagesthemen nach Krankenkassenzugang ja werden auch viele geldorientierte Alternative heiler werden das hatte ich eben schon erwähnt ist aber noch mal wichtig zu wiederholen und natürlich werden dann die alternativen Heiler auch genauso schädlich werden wie die Schulmediziner ja auch Bio durchläuft die ähnliche Evolution hin zur Minderwertigkeit wie die konventionelle Landwirtschaft ja also das heißt lassen sie sich nicht blenden durch Worthülsen entscheidend ist was tatsächlich eine Sache für eine Wirkung hat der Kapitalismus erzieht zum Rechthaberischen ja also wir haben uns ja gefragt warum diese Lobbyisten wieder willen also noch einmal die Spaten all diese Spaten hier sondern ab von sich so eine stellen sich vor wie so eine Aerosolwolke die senden also Killer Viren des Geistes ab die ihre die pusten quasi ihre Vorteilbringenden Irrtümer hier rein und infizieren die gesamte Weltbevölkerung sozusagen mit ihren Vorteilbringenden Irrtümern und die wirken dann in den Köpfen der Opfer als der jeweiligen Opfer als parasitäre Meme oder Killer Viren des Geistes aber der Einfachheit halber sagen wir die die Vorteilbringenden Irrtümer der Gesundheitsspaten die all dieser Gesundheitsspaten landen als Vorteilbringender Irrtümer in unseren Köpfen da sie eher eine Wirkung haben als parasitäre Meme oder Killer Viren des Geistes ist jetzt mal unwichtig sondern wir sagen es der Einfachheit halber und damit werden dann die Opfer zu ferngesteuert quasi zu Lobbyisten widerwillen die werden also quasi ja instrumentalisiert im Dienste der Spaten tätig und wenn dann der Kapitalismus auch noch aufhetzt dazu dass man rechthaberisch zum rechthaberischen weil warum ist das ein vorteilbringender Irrtum führt sie Händler zum Beispiel weil wenn ein Mensch rechthaberisch auftritt dann stößt er viele Leute vor den Kopf und beleidigt sie und wertet sie ab und so weiter und dann verliert man Freunde wird einsam und kauft wieder mehr Alkohol Zigaretten und Süßigkeiten beim Händler und dann profitiert der Händler wieder also insofern ist es ein vorteilbringender Irrtum der Händler diese es ist gut wenn du selbstbewusst auftrittst und so weiter und die Leute aber das dann in ein rechthaberisches Verhalten umwandeln und diese Fernsteuerung dass die Menschen ferngesteuert werden als Lobbyisten wider Willen und anderen ihr LWW ihr LWW also ihr Lobbyisten wider Willen Weltbild um die Ohren schlagen und dabei noch rechthaberisch und beleidigend darauf bestehen das haben wir in der Natur überall also ich mache mal ein Beispiel ja das da gibt es also hier was weiß ich ich zeige das mal hier vielleicht hier hier haben sie Ameisen ja die Ameisen sitzen auf den Grashelmen ja es ist so eine Wiese ja und überall sitzen oben Ameisen auf den Grashelmen und werden von den Kühen mitgefressen warum weil es einen Erreger gibt das ist sozusagen die Sparte der Erreger sendet sitzt in der Ameise wandert Richtung Gehirn der Ameise sendet dort bestimmte irgendwie Informationen an das Ameisengehirn kann auch durch Druck sein und die Ameise tendiert dann dazu sich hochzuklettern auf Grashelme und oben sich dann festzuklammern und da wird sie dann von der Kuh gefressen dadurch gelangt der Erreger in die Kuh also die Sparte in die Kuh und macht quasi auch die Kuh zum Lobbyisten wieder Willen und in der Kuh kann sich der Erreger wieder ernähren und ausbreiten und so weiter wird dann wieder ausgeschieden und so weiter und die Ameisen nehmen diesen Erreger wieder auf und dann klettern sie wieder auf Sie sehen das ist also ein Kreislauf wo Lobbyisten und Kuh sind quasi sozusagen Achso Ameisen und Kuh sind quasi die Lobbyisten wieder Willen für den Erreger der Erreger ist die Sparte quasi und 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 so kommt es zum Parasitismus ja also hier und hier können sich auch nochmal so vorstellen das sind die Sparten der Gesellschaft ja und das sind die Leute die zu keiner Sparte gehören und das Ganze ist der Gesamtkuchen und alle alle Sparten schaden dem Gesamtkuchen durch ihre Vorteilbringende Neurthümer ja also das ist also für also Stichwort Biologie der Manipulation ja also Parasitismus in der Natur ist etwas ganz Normales ja und eben das haben wir eben hier auch mit unseren ja die Sparten sind so ähnlich wie der Erreger von dem ich eben gesprochen habe und die Opfer der Vorteilbringenden Irrtümer das sind in dem anderen Beispiel waren das Ameise und Kuh jetzt als Beispiel ja und so laufen die Dinge auch bei uns Menschen aber nur im Rahmen des bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus und das wollen wir ja eben ändern ja und diese Lobbyisten wieder Willen also wenn dann die Leute auch hier die eigentlich zu gar keiner Sparte gehören ja die werden ja auch zu Lobbyisten wieder Willen gemacht werden aufgehetzt zum Beispiel auch dann dazu dieses dann auch noch rechthaberisch den anderen um die Ohren zu hauen und dann zu sagen ja du musst doch du musst dich jetzt doch impfen lassen du musst doch eine Maske tragen und so weiter ja also sie quasi hier die übernehmen die vorteilbringenden Irrtümer der Gesundheitssparte übernehmen die in Kopf werden umgewandelt in Lobbyisten wieder Willen und treten dann eben als Lobbyisten auf und ja das ist der ganz normale Vorgang und wenn wir das endlich mal wieder endlich mal beenden wollen dann brauchen wir eben die Reformen der Next Scientists for Future zusammengefasst mit dem Stichwort die Stiftung wahren Testisierung der Gesellschaft Ja überall positive Anreize setzen damit all diese Sparten jetzt keine Profite wir nehmen quasi für das schlechte tun die Profite weg und geben ihnen nur noch Profite für gutes tun also Verdienst Zuschüsse gibt es nur noch für gutes tun in diesem Sinne ist das im Gegensatz zu der Pseudo Planwirtschaft die notwendig immer scheitern muss ist das dann echte positive Planwirtschaft Planwirtschaft Elemente gewürzt mit Marktelementen Ja der Lobbyist wie der Willen bekriegt dann alles andere als Nazi einfach nur um seine vorteilbringenden Irrtümer unwidersprochen gewinnen zu lassen also sozusagen egal ob es ein Lobbyist seiner Sparte ist oder ein Lobbyist wie der Willen ist ja warum unterscheide ich das wenn so ein Lobbyist bezahlt wird dann kann es sein dass er weiß dass das was er erzählt Unwahrheiten sind aber er kriegt halt Geld dafür und macht es trotzdem und der bekriegt dann sozusagen alles andere als Nazi also also dieser Diffamierungs Keule kann man sozusagen alle Gegenargumente gegen seine Lobbyisten Argumente wegdrücken und während der normale das normale Sparten mitliegt meistens auch einfach ein Lobbyist wie der Willen ist also der glaubt seine eigenen vorteilbringenden Irrtümer während der bezahlte Lobbyist sie nicht unbedingt glauben muss und wenn man diese Diffamierungs Keule Nazi zum Beispiel gegenüber der Basis dann sagt ja dann hat man eben auch sozusagen dann kann man eben gewinnen weil dann danach sozusagen Argumente unwichtig werden denn die Basis wird ja damit dann hingestellt als eine Partei mit der man gar nicht reden darf denn die ist ja irgendwie rechts und so weiter ja und wie gesagt die Basis sollte sich davor besser schützen das diffamieren Andersdenkende ist nur ein das illegale diffamieren Andersdenkende ist nur ein weiteres Instrument das der Lobbyist ist im Krieg verwendet ja ja wir hatten ja das Thema auch der der doppelten Doppelschienigkeit in in der Samstagsrunde die leider nicht veröffentlicht wird oder mitgeschnitten wird bis jetzt die doppelte Doppelschienigkeit welche welche zwei welche Strategien gibt es um diesen bösartigen raubtier patriarchalen raubtier kapitalismus endlich zu beenden wir haben einmal den politischen weg eventuell auch über gemeinwohl lobby verfassungsgebende versammlungen zum beispiel politischer weg und zweiter weg kommune kommune gesunder kommunismus im gegensatz zum pseudokommunismus den wir natürlich aufs schärfste verurteilen und ablehnen ne ja aber da müsste man sich klar sein dass wenn man direkt auf die kommune zusteuert dass man dann die viert die vorteilbringende irrtümer abbautechnik natürlich zum zentrum machen muss man muss also quasi sehen aha wo sind die mitglieder der kommune lobbyisten widerwillen und tragen vorteilbringende irrtümer irgendwelcher sparten in ihren köpfen mit sich und daran muss man dann jeden tag konzentriert arbeiten denn alles andere hat keinen sinn denn sonst solange die vorteilbringenden irrtümer noch da sind wird die kommune immer wieder unglücklich werden und das bringt dann nichts ne ja und bei unserem politischen weg kommt es ja auch zu den gesundheitskommunen der praxen sozusagen und die praxen werden dann eben auch kommunenprojekte supervidieren als mediator begleiten und so weiter weil die hausärzte natürlich ganz klar sich überlegen werden am meisten profit kann ich machen wenn es den leuten richtig gut geht wenn wohlfühlen gesundheit wohlfühlen langlebigkeit und gesundheit maximiert werden und da der mensch ein gruppentier höchst wahrscheinlich ist sollte er auch in einer gruppe leben und wohnen und so weiter ja und dann dann werden werden die hausärzte aus aus verdienst interessen heraus anregen dass die die leute in kommunen zusammen ziehen um aus der einsamkeit der wichtigsten todesursache herauszukommen sozusagen ja dann haben wir die doppelte doppelschienigkeit was haben wir da noch dass wir einmal unseren weg haben nämlich gutes tun durch positive anreize zu belohnen also im rahmen dieser stiftung wahren testisierung der welt ja und dann hat eben die die freie argumentekultur hat eben noch die ebene dass auch eine verantwortungs entwicklung durch entsprechende bildung auch wieder zu gutem tun führt wobei wir uns da natürlich immer noch die frage stellen müssen ob da eventuell auch ein bisschen zu viel gesehen wird also die frage ist halt wer ist der nächste für uns menschen ja wir sagen ja der mensch ist ein nahbereichs lebewesen für ihn hier erstmal sind die nächsten seine kommunen mitglieder dann die kommunen wo die töchter hin abwandern also die enkel aufwachsen und dann vielleicht noch ein kreis drumrum wo die urenkel dann aufwachsen und so weiter ja und das das sind die sozusagen das sind die nächsten für die sache also für die für die menschen und wenn die Frage ist halt ob es für die menschen von vorteil ist wenn man bei ihnen ein verantwortungsgefühl für die ganze welt versucht auszulösen ist das dann für die menschen eher schädlich oder nützlich das wird man aber auch wieder messen können an den ergebnissen ja denn wenn es den menschen gut tut dass sie verantwortung für die ganze welt übernehmen dann wird man das sehen und wenn es für die menschen gut ist nur im nah bereich verantwortung zu übernehmen dann wird man das auch sehen was was eben die besseren ergebnisse hat bei den menschen ja dann haben wir nochmal also die kernsätze hier sind ja selbsterkenntnis ist der einzige weg zur besserung der welt ja der ursprüngliche spruch hieß ja selbsterkenntnis ist der erste schritt zur Besserung der Satz ist falsch selbsterkenntnis ist der einzige weg zur besserung der welt weil wenn ein mensch nicht erkennt dass er und wo er überall voll ist mit vorteilbringenden irrtümern irgendwelcher sparten und wo er also ein lobbyist wie der willen mit einem lobbyist wie der willen weltbild ist solange kommen wir mit den menschen nicht weiter solange sind sie einfach nur marionetten all der vorteilbringenden irrtümer sind nur lobbyisten widerwillen und führen nur einen informationskrieg gegen alles andere was ihrem lobbyisten widerwillen weltbild nicht entspricht insofern gilt dieser Satz selbsterkenntnis ist der einzige weg zur besserung der welt ja und knfm zum beispiel hätte jetzt nicht abwandern müssen aus deutschland wenn er sich dran gehalten hätte an die ursache heranzugehen über die selbsterkenntnis zu sprechen über die beendigung des bösartigen patriarchalen raubtierkapitalismus zu sprechen und nicht sozusagen sich geäußert hätte wie denn im Moment ist es ganz einfach so wir in einer Phase in der es zu einer Diktatur der Gesundheitssparten kommt und die ihre vorteilbringenden Irrtümer sozusagen erfolgreich in die Köpfe der gesamten Weltbevölkerung gepumpt haben dann wird natürlich in so einer Diktatursituation wird natürlich einfach nicht mehr geduldet wenn man diese vorteilbringenden Irrtümer inhaltlich kritisiert ja aber es ist eben erlaubt in Deutschland an dem ganzen System Kritik zu üben aber nicht an den einzelnen also quasi wie heißt es bei YouTube so schön es darf keine medizinische Fehlinformation geäußert werden und hätte sich daran KenFM besser gehalten dann hätte er auch keine Probleme ja also es bringt nichts sozusagen immer das falsche zu tun sondern wir müssen an die Ursache ran und bis jetzt ist es so dass es bis jetzt noch nicht verboten ist darüber zu sprechen dass wir Reformen brauchen politische Reformen die die Ursachen der Phänomene und der Symptome beheben und solange das nicht verboten ist da haben wir doch eine gute Situation noch ja ja also um das noch einmal zu sagen oder das haben wir eigentlich genug oft gesagt ja so jetzt ja ich denke das war's mit den heutigen Tagesthemen sie müssen also unsere Sendung immer ganz viel schneller stellen auf 1,75 oder mindestens 1,5 weil sie sehen ich habe heute wieder sehr langsam gesprochen und wenn man das mit der Wunschgeschwindigkeit hier unten rechts irgendwo einstellt auf 1,75 dann kann man das glaube ich doch ganz gut hören also wichtigstes Tagesthema heute war also in die Basis wurde der offizielle Antrag gestellt die Parteibasis möge konsensieren über an über die also und zwar von einem Parteimitglied über die Anhörung beziehungsweise Nutzung der Next Scientist for Future als Experten also zu konsensieren ja bin mal gespannt ob sich die Basis auch wie jede andere Partei als diktatorische Partei erweisen wird oder ob sie wirklich da irgendwie ob darüber konsensiert wird vorher wir angehört werden oder so ich bin gespannt ob sie den Test auf echte Demokratie hin überhaupt besteht ich habe da so meine Zweifel aber ich hoffe trotzdem ich hoffe ja auch trotzdem dass unsere Vorhersage dass in Sachsen-Anhalt leider wir wenn wir realistisch sind vermuten wir dass wir nur mit 0,5% für die Basis rechnen können in Sachsen-Anhalt aber ich bin mal gespannt vielleicht werden es doch hoffentlich ein bisschen mehr ja tschüssi bis bald tschüssi 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 sagen günst es ops unda